Hallo zusammen, ich bin Marvin Hitz, ich bin der neue Goalie und ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Dieser Wechsel bedeutet für mich unglaublich viel. Ich freue mich riesig, endlich mal in der Schweiz Fussball zu spielen und dann auch noch für den grössten, für den besten Verein in der Schweiz. Ich habe es kaum erwartet. Du hast gerade gesagt, endlich in der Schweiz Fussball zu spielen. Du hast noch kein Superligaspiel, bist mit jungen Jahren direkt auf Deutschland. Was kannst du von dieser grossen Liga hier in der Schweiz mitnehmen? An Erfahrungen mitnehmen kann ich sicher sehr viel Positives, aber auch viele Rückschläge. Eigentlich habe ich nie aufgegeben. Ich glaube, als ich vor 14 Jahren nach Wolfsburg gewechselt bin, haben viele damit gerechnet, dass ich schnell wieder zurückkomme. Es war ein schwerer Weg, ich habe sicher nichts geschenkt bekommen und schlussendlich bin ich sehr stolz auf die Zeit. Ich freue mich jetzt aber auf die Schweiz und den FC Basel. Ich glaube, wenn man von Borussia Dortmund in die Schweiz wechselt, dann kommt nur der FC Basel infrage. Die Zuschauer sind einfach einmalig. Ich habe schon sehr, sehr viel Positives gehört. Ich freue mich darauf, das erste Mal zu erleben. Danke vielmals für das Interview und einen ganz guten Start bei uns. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.